Oha Freunde, heute werden wir zu Cristiano Ronaldo Sui in Roblox, nämlich zum besten Fußballer aller Zeiten. Oder ist es doch Messi? Schreibt es in die Koptare Cristiano oder Messi? Und jetzt würde ich sagen Leute, lasst ein Like da ohne Abo. Heute gibt es die krassesten Fußball-Kicker-Simulaten. Let's go! Freunde, wir sind hier im Torschießen-Simulator und in diesem Simulator muss man Tore schießen, aber richtig doll und zack, rein da. Eben waren wir noch super, super schlecht, Freunde, aber mittlerweile müssen wir nicht mal auf dem Feld stehen, um ein Tor zu schießen. Wir können sogar bis zum ganzen Tag hinten gehen und schon von dieser Rakete, seht ihr, seht ihr diese Rakete dort hinten? Von dort können wir schon ein Tor schießen, weil wir so weit schießen können, bekommen wir immer, immer mehr Geld und wir versuchen hier die ganze abzugraden und immer, immer krasser zu werden. Und ihr seht selber, wir haben jetzt mittlerweile einfach schon ein, Junge, was ist das überhaupt? Ein Anker als Fußball. Ja Leute, das ist kein normaler Fußball, das ist ein Anker, den wir hier einfach ins Tor kicken. Und schaut dort vorne, ist einfach Simlaki! Simlaki, was hast du viel zum Schießen? Ich hab'n Lucky Block, du schießt mit'n Lucky Block und Freunde, unsere Challenge ist es zu werden, besser als Ronaldo und Messi! Sui! Wir werden heute super krasse Fußballer, die Besten auf der ganzen Welt! Sui! Schaut mal, ey was, die haben mich getroffen? Ey, als ob wir zu schlecht sind, um zu treffen. Ich hab'n Blas dabei gekauft! Man wird immer krasser, man sammelt immer Coins mit jedem Schuss ins Tor. Leute, ihr seht es selber. Oh, zack, ich hab' getroffen. Schaut, jetzt hab' ich Coins gesammelt. Ich hab' jetzt schon einfach 11,8 Millionen Coins. Das ist so krass, wir sind einfach super rich. Und damit können wir jetzt hier vorne hin und unsere Genauigkeit, Stärke und Geschwindigkeit upgraden. Ich würd' sagen, wir graden unbedingt unsere Genauigkeit ab und unsere Stärke. Und am besten, oh, die Geschwindigkeit müssten wir auch eigentlich noch upgraden. Die Geschwindigkeit ist auch krass, weil dann können wir immer, immer schneller Geld machen. Okay, ich hab' jetzt einen radioaktiven Ball. Einen radioaktiven Ball? Ja, hab' ich und der ist richtig krasser, gefährlich wie Cash. Ja, ich seh's. Oh nein, Leute, wir müssen uns hier auch unbedingt einen besseren holen. So, Freunde, und dafür gehen wir jetzt ganz nach hinten. Zack, zack, zack. Wir gehen jetzt zum Mond. Let's go! Woo! Wir sind nämlich schon in dieser Welt und es geht immer weiter. Dort vorne können wir einfach für 250 Millionen Münzen die nächste Welt freischalten. und die ist richtig krass. Aber, Freunde, erstmal wollen wir von hier treffen. Denkt ihr, wir schaffen das? Mal schauen, ob wir es schaffen und... Boah, wie weit kicken wir, Alter, Leute, was? Guck, ich treffe noch nicht von der Welt. Nee, ich auch nicht. Ich hab' auch nicht getroffen. Der ist viel zu weit geflogen. Also, der ist nicht genau geflogen. Ich krieg', glaube ich, pro Schuss krieg' ich 10 Millionen plus mehr. Boah, was? Als ob sie lag hier, Junge. Ja, ich bin gerade krasser als du, ne? Nein, ich treffe den nicht. Oh nein, du überholst mich gerade, oder nicht? Du überholst mich gerade. Hey. So, okay, geil. Von hier muss ich treffen, von hier muss ich treffen. Bitte, 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 bitte. Und, zack, ich hab' getroffen, Junge. Ich krieg' 7 Millionen plus pro Schlag einfach. Ich muss unbedingt mir einen krasseren Fußball holen, Freunde, weil der Anker ist nicht so gut wie zum Luckys. Deshalb, ich schieße noch einmal. Ich treffe jetzt einmal und danach teleportier' ich mich nach vorne. So, tack, ich teleportier' mich nach vorne. Und, so. Hallo, Teleportation. Wir holen uns jetzt hier ein krasseres Pet. So, zack, bitte was Gutes. Komm, zieh was Gutes. Let's go, Junge. Zieh was Gutes. Das enttäuscht mich nicht. Und wir haben auch den Messieuren Block, den Lucky Block gezogen. Aber, Junge, wir kaufen direkt nochmal. Wir wollen besser. Warum ziehst du nicht schon ein anderes Pet? Du, ey, was machst du, okay? Was? Man kann schon viel hier vorne? Ja, guck mal, ich hab dir sogar einen Tipp gegeben. Sonst würdest du gegen mich verlieren. Oh, ich bin so los. Ich hätte hier schon vom Mond was kaufen können. Okay, jetzt kaufe ich mal was vom Mond und mal schauen, was bekomme ich. Okay, den normalen Fußball, nee, der ist nicht gut. Wir müssen den krasseren bekommen. Wir wollen den Mondball. Schaut mal vorne. Den hier wollen wir. Ich kann schon bei den Mond treffen. Was? Ey, Leute, wir wollen auch diesen krassen Mondball. Komm schon. Und komm schon, was bekommen wir? Wow, wir haben den für 8,7% bekommen. Aber wir wollen noch einen besseren. Wir wollen noch einen besseren. Jetzt werde ich nochmal. Hier, nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte legendären. Nein. Alter, wir brauchen so viel Glück. Wir werden jetzt unsere ganzen Coins ausgeben für den krassen Ball. Komm schon, bitte, bitte bekommen wir was Gutes. Bitte, 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 bitte. Und? Ja, der Sonnenball. Wow, ich hab einfach die Sonne gezogen als Ball. Wie krass ist Dustin? Das ist so heftig. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz nach hinten zum Mond. Und jetzt werden wir mit dem... Obwohl, warte, warte, warte. Ich will meinen Ball upgraden. Ich will mal meinen Ball upgraden. So, zack. Ich probiere mal erstmal zu treffen. Dort vorne ist der Lucky. Seht ihr? Dort ganz hinten ist er. Und? Ja. Nee, ich bin zu schlecht. Ich hab nicht getroffen. Hey, ich bin runtergefallen. Okay, Freunde, jetzt versuche ich mal erstmal von hier zu treffen. Weil hier bekommt man richtig viele Coins. Beim Raketenschiff bekommt man einfach zweimal Multi. Das ist auch schon richtig gut. Guck mal hier. 6 Millionen. Aber, Leute, ich mach was krasses, womit der Lucky nicht rechnen wird. Wart mal, Leute. Ich zeig euch das gleich. So, wir haben hier schon mal richtig viele Coins gesammelt. Junge, wir sind so heftig. Wir sind so heftig. Wir graden unseren krassen Ball. Ey, wir müssen den auslusten. Wir sind so los. Wir haben unseren krassen Ball gar nicht ausgelustet. Was mach ich denn? So, zack. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Sonnenball? Hier ist der doch. Boah, der ist so heftig. Junge, direkt abgegradet. Leute, und den greifen wir jetzt ab, Junge. Der wird uns so viel geben. Komm schon, wie viel gibt er mir? Wie viel gibt er mir? Und so, Freunde. Wir werden jetzt einfach verzaubern den Ball. Zack, was haben wir bekommen? Sharpness. Boah, heftig. Wir verzaubern den nochmal. Komm, und Strange haben wir auch drauf bekommen. Junge, der ist jetzt so krass, Leute. Keiner kann mit diesem Ball. Alter, einfach der Sonnenball. Und wenn wir jetzt mit dem treffen werden, ne? Wir bekommen so viele Coins plus, Leute. Boah, das wird so krass. Und in der Mondwelt bekommen wir einfach 2,5 Mal mehr als sonst. Das ist also auch schon mal richtig krass. Und, Leute, wir sind hier bei 2.100 Distanz. 2.100 Meter Distanz. Und schaffen wir das, für 2.000 Meter zu treffen? Komm schon, wir müssen es schaffen, Leute. Oh, treffen wir, treffen wir, treffen wir. Treffen wir. Oh, zack, wir haben getroffen. Und wir bekommen einfach 10 Millionen mit einem Schuss, Leute. Wie krass ist das denn? Und wir holen uns mal hier ein Geschenk aus. So, zack, Juwelen erhalten. Let's go. Hier, wir können auch mehr Juwelen erhalten. Hey, wie geil ist das denn? Aber, ey, Sabaki, schießt du überhaupt? Ja, ich habe jetzt paar Mal geschossen, aber ich bin schon viel zu gut, okay. Junge, ich habe einfach jetzt schon 67 Millionen Coins. Ich glaube, ich kann gleich sogar in die nächste Welt. Und, Freunde, wie gesagt, unser Ziel heute ist es, auf jeden Fall Sabaki zu schlagen, weil wir sind gerade in derselben Welt. Aber ich will viel mehr vorne sein als er. Und dafür müssten wir eigentlich auch ein bisschen cheaten, oder nicht, Leute? Habt ihr Lust, dass ich was Krasses kaufe? Ich schaue mir mal gleich an, was wir kaufen können. So, zack, können wir irgendwas Krasses kaufen? Und, boom, ich schieße einfach die ganze Zeit vom Mond, weil ich so krass schon bin. Aber ich habe kein gutes Pets, so wie du, Ugri. Einfach von 2.000 Quätzen habe ich was getroffen. Junge, ich habe auch von hier hinten getroffen. Ich kann einfach weiterschießen als Sabaki. Ich kann weiterschießen. So, mal schauen, was wir uns hier kaufen können. Was? Freunde, irgendwas Gutes müssen wir uns doch hier kaufen. Ich weiß nicht, warte mal. Ich glaube sogar, dieser Ball hier ist irgendwie besser. Der gibt einfach eine Million mal, also 1.000 plus Ding, oder der ist noch krasser. Dieser Ball hat irgendeine Verzauberung drauf, dass er richtig krass ist, Freunde. Ich weiß selber nicht, warum. Warte mal, wir müssen jetzt hier vorne treffen. Wir dürfen nicht in die Hinterliste schießen. Und, bam, mal schauen, ob wir treffen. Ich frage mich, wie viel der uns plus gibt. Ne, mit dem können wir leider nicht so weit schießen. Mit dem können wir leider nicht so weit schießen. Wir müssen ein bisschen mehr nach vorne. Ne, aber ich frage mich trotzdem, wie viel wir bekommen werden, wenn wir mit dem treffen werden. Weil das ist, denke ich, unser krasseste Ball. Das ist unser krasseste Ball. Und, hä? Ich muss weiter nach vorne, Junge. Junge, okay, bis der Fall. Let's go! Okay, du hast auch den Sonnenball gezogen. Ja, easy. Oh nein, jetzt bist du ja auch richtig krass. Ey, man bekommt einfach 15 Millionen plus, kriege ich mittlerweile. Schaut euch das an, Leute. Und, kommt schon, 130 Millionen? Ja, okay, das waren jetzt nicht, das waren 10 Millionen plus. Aber egal, ich kann jetzt so viel upgraden. Gönnt euch das mal. Lecker Schmecker, Junge. Das schmeckt richtig gut, Leute. So, und Geschwindigkeit auch super wichtig abzugraden. Dann sind wir immer, immer schneller, werden wir da durch. Und, Freunde, ey, komm schon, wir müssen jetzt den krassen zu ziehen. Den Mondball, den möchte ich. Den legendären Mondball. Bekomme ich den? Bitte, Freunde. Gönnt mir doch mal. Hey! Okay, weißt du, was viel besser ist, direkt in die nächste Welt zu gehen? Denn dann kannst du noch krassere ziehen. Das ist voll dumm, was du machst. Stimmt, einfach in die nächste Welt. Oh, Mann, was mache ich denn? Okay, Leute, ich spare jetzt auf die nächste Welt. Danke für die Tipps, Lucky, übrigens. Ja, kein Problem, okay. So, wir werden jetzt auf die nächste Welt sparen. Aber erst mal holen wir uns hier ganz viele... Ey, einfach dann dagegen geschossen. Ey, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht dagegen schießen. So, komm schon. Werde ich treffen, Freunde? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Ich treffe, oder? Ich treffe, Leute. Let's go, ich werde jetzt so lange schießen, bis ich in die nächste Welt komme. So, Lucky, ich werde voll in der nächsten Welt werden. Ich werde voll in der nächsten Welt sein. Ich werde voll da drin sein. 100 Prozent. Junge, wir werden die krassesten Torschießer. Nein, es ist nicht. Boah, das sind hier einfach schon 14.000 Meter oder so. Und wir treffen das einfach schon. Und wie krass ist das? Ja, ich treffe auch, okay. Aber wenn ich nicht unterkomme, dann tatsächlich nicht. Wie viele Coins hast du? Wie viele Coins hast du? 114 Millionen. So viel, Simlaki? Ja. Boah, Alter. Ich muss auch schnell in die nächste Welt, Leute. Das wäre ja mal richtig wichtig, in die nächste Welt zu kommen. Let's go, Freunde. Wir sind gut genug, um in die nächste Welt zu kommen. Und Simlaki, du bist safe noch nicht in der nächsten Welt. 2,50 Euro ausgegeben für die nächste Welt. Und hier sind wir in der Mondbasis. Junge, let's go. Können wir von hier schon treffen? Wir probieren es aus, Leute. Und komm schon, bitte, wenn wir von hier treffen. Wir bekommen so viel Cash. Wir bekommen so viel Cash. Boah, ich treffe sogar. Oha. Einfach 20 Millionen Cash mit einem Schuss. Wie krass ist das denn? Boah, Leute. Schaut euch das an. Der fliegt hier über alles drüber hinweg. Und zack. Boah, 2,4 Klötze. Das sind 2400 Meter. Ein perfekter Schuss. Let's go, Freunde. Was können wir uns hier? Können wir uns hier irgendwas gönnen? Nee, die nächste Welt für 450 können wir uns gönnen. Ja, okay. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Dann würde ich sagen, sparen wir jetzt einfach weiter. Wir kommen jetzt immer weiter in den Welten. Und, Freunde, ganz am Schluss sind wir, glaube ich, da in der letzten Welt schon. Also, ich glaube, es geht nicht mehr viel weiter. Und wir sind gleich schon in der letzten Welt. Das wäre krass, Freunde. Und ich würde sagen, Leute, wir können ja jetzt schon das nächste Haustier holen. Deswegen teleportieren wir uns wieder. So, zack. Wir haben uns teleportiert. Und mal schauen, Freunde, was wir für ein Haustier uns holen können. Für 40 Millionen. Also, okay. Dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze. Und bitte bekommen wir was krasses. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Bitte nicht den Schlechtesten. Bitte nicht den Schlechtesten. Komm schon. Und wir haben den. Ah, okay. Das ist nicht der Schlechteste, der Marsball. Interessant, Leute. Ey, wenn ich den hier bekomme, das wäre so heftig, ne? Das wäre so heftig. Mal schauen, ob der Marsball krass ist. Ja, okay. Der gibt uns 1000 plus. Das ist schon mal gut. Aber, Leute. Wir wollen einen krasseren. Deswegen, ich würde sagen, wir öffnen das hier nochmal. Und bitte bekommen wir was Gutes. Bitte. Bitte gönn mir. Und den Schlechtesten. Danke für nichts. Was? 40 Millionen kostet eine Kiste? Ja, das ist extrem viel, Leute. Echt. Aber. Ist ja voll teuer. Komm schon, was Gutes. Und Mars. Aber, Leute. Zumindest bekommt man was richtig Krasses dann. Ich habe jetzt den Marsball. Und damit werde ich ein bisschen schießen danach. Hoffentlich kriegen wir dann noch einen besseren. Hoffentlich kriegen wir dann noch einen besseren. So. Und treffe ich damit? 100 Prozent, oder? Zack. Let's go. Mittendrin rein, Junge. Let's go, Digga. Das war so einfach. Ich treffe hier nochmal. So. 20 Millionen wieder plus, Junge. Das ist so heftig. Alter. Ist das krass. Und, Leute. Gleich können wir direkt den nächsten Ball ziehen. Und hoffentlich bekommen wir gleich was Gutes, Mann. Weil es reicht, Leute. Ich will was Krasseres. Oder? Ich würde sagen. Ne. Wir können eigentlich auch direkt auf die nächste Welt sparen. Aber erst mal holen wir uns ein krasseres Pad. Zack. Damit wir mehr Cash bekommen. So. Freunde. Ein Schuss noch. Wir teleportieren uns. Und wir holen uns ein Pad, Leute. Let's go. So. Wir sind jetzt hier vorne. Und. Ich kriege die ganze Zeit. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Hier kriegst du auch die ganze Zeit. Was schlecht ist. Ja. Okay, Leute. Wir müssen jetzt was Gutes bekommen. Komm schon. Aber ja. Okay. Die Chance dafür, das andere zu bekommen, ist ja auch bei 0,85. Also. Das ist so eine geringe Chance, Leute. Ich glaube, das ist sogar unmöglich, oder? Das stimmt. Ich habe jetzt so viel Geld dafür ausgegeben. Voll unnötig. So. Ich habe mal Glück gekauft. Und mal schauen. Ich habe jetzt 3 plus Glück. Mal schauen. Vielleicht bekomme ich ja was Krasses. Junge. Ich habe jetzt Glück gekauft, Leute. Komm schon. Ich muss jetzt was Krasses bekommen. Komm schon. Ne. Den Mars. Das andere ist halt auch unmöglich, habe ich das Gefühl. Wir werden jetzt nochmal kaufen. Aber bitte. Bitte gönn mir. Gönn mir. Ne. Besser als den Mars kriegt man nichts. Wir werden es jetzt noch einmal schaffen. Komm. Wir haben jetzt nicht umsonst Glück aktiviert. Wir haben jetzt nicht umsonst Glück aktiviert. Komm schon. Gönn mir jetzt einmal. Ne. Die Chance ist einfach zu gering, Leute. Wir werden es jetzt einmal nochmal machen, weil wir genug Cash haben. Aber danach, Leute. Komm schon. Ne. Die Chance ist zu gering, Leute. Die Chance ist zu gering. Wir werden es nicht mal schaffen. Okay, Freunde. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Ball hier noch zu verzaubern. Und. Oh. Zack. Stärke drauf geballert. Und jetzt nochmal hier. Charpt ist drauf geballert. Schärfe. Boah. Jetzt ist der krass, der Ball. Guck mal, wie der leuchtet, Leute. Der ist krass. Leute. Räuber kann den Ball verzaubern. Das wusste ich gar nicht. Okay. Hä? Tja, jetzt weißt du es. Und gleich werde ich mit dem Schießen. Mal schauen, wie viel ich jetzt plus bekommen werde. Ey. Ich bin runtergefallen. Ja, moin. Ey. Und. Ciao, Freunde. Let's go. Wir haben so viele Münzen gesammelt. Einfach eine halbe Milliarde. Und damit können wir uns jetzt ein bisschen was gönnen. Ich würde sagen. So. Zack. Genau. Ich kann einmal. Äh. Warte mal, Leute. 450 Millionen waren das so, oder nicht? Wir können in die nächste Welt. Let's go. Okay, okay. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Sam Lucky, du bist ja noch immer hier beim Moto Noob, Junge. Und ich gehe jetzt schon in die nächste Welt. Haha. 450 Millionen. Let's go. Let's go, Freunde. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Oha. Wir können da nach oben hin. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Mal schauen, wie viel wir bekommen, wenn wir hier jetzt treffen werden. Und. Komm schon. Treffen wir. Treffen wir. Treffen wir. Bitte treffen wir. Bitte treffen wir. Bitte treffen wir uns. Let's go. Wir haben getroffen. 54 Millionen mit einem Schuss. Alter. Fast 50 Millionen mit einem Schuss. Boah. Die Welt ist krass. Die Welt ist krass. Mal schauen, was dort vorne oben bei der Welt ist. Können wir da auch hin? Nein. Ernsthaft? Wir haben nur das hier, das Kleine da freigeschalten. Und mehr nicht. Ja, moin. Ah, das ist gar keine neue Welt, glaube ich, oder? Das war einfach nur so ein Zusatz. Ah, okay. Hier bekommen wir noch mehr Cash. Verstehe, Leute. Mal vier. Okay, das ist gut. Das ist gut, gut, dass wir uns das geholt haben. Dann können wir noch mehr Sachen upgraden. Und. Das lag jetzt keine Chance gegen uns. Wir holen uns die 5 Milliarden Welt. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen sparen. 5 Milliarden kostet die Leute. Leute, wir melden uns dann wieder, sobald ich diese Welt erreicht habe. 5 Milliarden. Boah, ich muss so lange sparen. So, Freunde. Wir haben hier vorne noch einmal den Ultralackboost bekommen. Und den werden wir jetzt ausrüsten. So, zack. Und jetzt will ich noch einmal hier ziehen. Und bitte bekomme ich was richtig Krasses. Komm schon. Let's go. Ey, bitte bekomme ich jetzt einmal Glück in meinem Leben. Yo. Yo. Wir haben ihn bekommen. Den Kernball für 0,8%. Hatten wir nur eine Chance. Eine 0,8%ige Chance. Und wir haben ihn einfach gezogen, Leute. Wie krass ist das denn? Was? Was? Leute. Okay, mit dem muss ich jetzt unbedingt mal schießen. Wir rüsten den mal aus. Und der gibt uns 1,5.000 plus, Mann. Wie krass ist das denn? So, den werden wir natürlich auch direkt mal ausrüsten. Der hat sogar schon Schärfe drauf. So, zack. Den müssen wir unbedingt ausrüsten. Und ich glaube sogar, wir haben hier einen Typen getroffen, der uns kennt, oder nicht? Guck mal, der hat geschrieben, hallo Ukri und hallo Simlaki. Haha, Simlaki, ihr habt es gesehen. Hier ist einer, der uns kennt. Was, wirklich? Oh, yeah. Das ist mein Freund in Roblox. Echt? Ja. Nein. Okay, Mann. Oh, ich habe Schabnis drauf bekommen. Let's go. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, wir sind Zeit. Es wird Zeit, Freunde. Wisst ihr für was? Mit diesem krassen Ball jetzt zu schießen. Mit diesem krassen Ball jetzt mal zu schießen. So, wir haben ihn ausgerüstet. Jetzt gehen wir zum Mond. Und jetzt schießen wir mal mit diesem krassen Ball, Freunde. Zack. Warte mal, ganz nach hinten. Ganz nach hinten. Von da, wo wir schießen können. Warte, Leute. Und dort vorne. Wir werden so viel Plus bekommen. Leute, kommt schon. Damit werden wir auf jeden Fall die nächste Welt richtig schnell erreichen. Ich komme da noch nicht hin. Du kommst da noch nicht hin? Alter, als ob du so schlecht bist. Ja, man braucht für die nächste Welt sogar 5. Weil mal 5 Millionen waren oder so oder so. Ey, du bist so gut, Okri. Oh ja, ich weiß, Simlaki. Und, boah, 70 Millionen mit einem. Mit einem Schuss. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sparen jetzt auf die 5 Milliarden. Und dann gehen wir in die nächste Welt. Oh, Freunde. Wir sind schon so lange unterwegs. Und wir sind erst mal 1,4 Milliarden. Wie weit bist du, Simlaki? Okay, ich werde vor allem in der nächsten Welt sein. Was? Nein, das darf ich nicht zulassen. Dann hast du gewonnen. Oh nein, oh nein, oh nein. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Ich muss mein Best-Game. Ey, Freunde. Ich glaube, wir müssen anfangen zu cheaten. Wenn Simlaki vor mir in einer anderen Welt ist, dann ist er der neue Cristiano Ronaldo. Sui. Das dürfen wir nicht zulassen, Freunde. Deshalb, ich würde sagen, wir müssen es tun. Wir müssen uns was richtig krasses kaufen. Oh, Starterpaket. Dreimal Münzen mehr. Okay, das holen wir uns. Das holen wir, Freunde. Aber erst, wenn ihr jetzt alle liken, dann lässt ihr ein Abo, damit wir gewinnen, Freunde. Kommt schon. Alle Like und Abo. Alle Like und Abo, Freunde. In 3, 2, 1. Und abonnieren. Kommt schon, Freunde. Wir haben uns geholt. Wir haben uns geholt. Leute, let's go. Jetzt können wir nur noch gewinnen. Jetzt können wir nur noch gewinnen. Let's go. So, zack. Wir rüsten das jetzt hier alles aus. Boah, Junge. Jetzt werden wir so viel Coins machen. Wir machen jetzt einfach nur mal mehr plus. Jetzt machen wir nur mal mehr plus, Freunde. Jetzt machen wir mal 6. Mal 6 plus. Kommt schon, Freunde. Jetzt müssen wir treffen. Jetzt müssen wir einfach nur noch treffen. Und dann haben wir gleich die 5 Milliarden. Ey, Simlaki. Wie viel Geld hast du? Hast du schon 5 Milliarden? Ich hab schon 6 Milliarden. Du lügst, Simlaki. Niemals. Oh nein. Ich hab nur 4 Milliarden. Aber gleich 5 Milliarden. Was? Du hast schon 4 Milliarden? Oh nein, ich muss ihn einholen. Ich muss ihn einholen. Ich muss mich beeilen. Ich bin 4,8 Milliarden. 4,8 Milliarden? Ich bin bei 4,7 Milliarden. Oh nein. Ich muss ihn einholen, Freunde. Nur noch 3 Schüsse. Dann hab ich die 5 Milliarden. Nur noch 1 Schuss. Nur noch 1 Schuss. Komm schon. Komm schon, Leute. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Und 2 Schüsse. Ja. 5 Millionen. Let's go. Nein, nein, nein. Simlaki. Ich bin voll drin. Ich bin voll drin. Oh, da vorne ist er. Da vorne ist er. Nein, nein. Ich muss schnell hin. Ich muss schnell hin. So, zack, zack, zack. Oh, Freunde. Ich will sagen. Ich hab das ganze Match hier gewonnen. Let's go. 5 Milliarden. Ausgegeben. Und wir sind in der nächsten Welt. Wir sind in der nächsten Welt, Freunde. Freunde. Heute werden wir den Cash-Kicker-Simulator spielen in Roblox. Schaut euch das an. Wir müssen hier richtig viel Cash sammeln. Wir haben hier einfach schon 17.000 Euro, Freunde. Was? 17.000 Euro. Und wisst ihr, was wir damit machen werden? Warte, Freunde. 17.000 Euro benutzen wir jetzt, um richtig weit zu kommen. Schaut euch das an, Freunde. Wir können hier auf die Lava gehen. Und... Wow. Jetzt machen wir richtig... Guck mal. Wir legen das Geld, was wir hier erspart haben, unten auf die Lava. Und dann werden wir richtig weit kommen, Leute. Und das Ziel ist es natürlich, weiter als Simlaki zu kommen. Denn er ist gerade auf dem ersten Platz mit 16.000 Meter. Warte mal. Werden wir es schaffen, Simlaki aufzuholen? Werden wir mehr Meter als Simlaki schaffen? Komm schon. Wir müssen auf den ersten Platz kommen. Bitte, 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 bitte. Und, 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 ja, 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 let's go. Wir sind auf dem ersten Platz. Wir haben fast 20.000. Oh, guck mal hier. Simlaki sitzt auf dem zweiten Platz. Haha. Okay, warte, wir sind stumm. Und, und, Simlaki, ähm, Simlaki, ähm, Simlaki, wie fühlt sich das an, überholt zu werden? Hm? Ich bin erster Platz, Bro. Ja, Okri, pass mal auf, wenn ich jetzt überholt. Guck mal, Okri, guck mal Okri. Und, let's go, übrigens. Jetzt wirst du so richtig überholt, Junge, du hast ja auch 18.000. Ey, Simlaki, dreh um, dreh um, das ist die beste Taktik, vertrau mir. Dreh um, Bro. Äh, du Okri, man kann nicht mehr das umdrehen, du Dulli. Doch, kannst du, kannst du, dreh um, Bro. Okay, ich versuch jetzt. Hä, geht gar nicht. Okri, Junge, ey. Ey, nein, ich bin überholt, Junge. Was mach ich jetzt? Ich bin so überholt, Junge. Oh, warte mal, hätte ich mich umgedreht? Oh nein, ich bin so überholt, Junge. Oh nein, ich bin so überholt, Junge. Ich komm gleich wieder, Simlaki, eine Sekunde. Was mach ich jetzt, Leute? Junge, jetzt geht der extra weg, weil ich ihn überholt hab. Boom, Junge. Du bist der Hohenplatz, was? Nein. Ja, ich bin so hoch, du weißt, was wir machen. Ich komm gleich wieder, eine Sekunde, eine Sekunde. Okay. Ey, Freunde, ich hab mich jetzt gestummt, ne? Der hört mich nicht mehr, ich höre ihn auch nicht mehr. Aber wisst ihr was? Wir müssen jetzt richtig gerade reinschieben, Alter. Am Glücksrad können wir nicht mehr drehen. Und um mehr Cash zu bekommen und mehr Cash zu sammeln, brauchen wir krassere Haustiere, Freunde. Was machen wir denn? Wir brauchen krassere Haustiere. Wie wär's? Oder warte mal, wir könnten ein Auto kaufen. Ja, let's go, lass uns das Auto kaufen, Junge. Let's go, bam. Hier, wow, jetzt haben wir ein Auto. Ha, Simlucky hat kein Auto, oder? Nee, der hat kein Auto, aber der hat so eine Regenbogenspur. Okay, Freunde, mit dem Auto werden wir auf jeden Fall viel, viel schneller sein. Lass uns das mal aussetzen. Sind wir jetzt schneller, Freunde? Und, oh, warte mal, wir müssen erstmal hier mehr Geld sammeln. In fünf Sekunden geht's wieder los. Dann können wir hier kurz schauen, ob wir schneller geworden sind. Ah, nee, achso, wir haben mehr Geschwindigkeit, Freunde. Verstehe. Okay, das können wir auch schneller einsammeln. Das ist das Ding. Guck mal, wir können einfach schneller das Geld einsammeln, weil wir mehr Geschwindigkeit haben. Okay, lass mal schauen, können wir eine Wiederquote machen? Nee, können wir nicht. Wir haben gerade unser Cash ausgegeben. Können wir uns sowas holen, was den Lucky hier hat? Nein, was? Das kostet eine Million. Ich hab noch nicht so viele Pokale, Leute. Ich hab nur 14.000 Pokale. Aber wisst ihr was? Lass uns hier ein besseres Haustier ziehen. Zack. Jetzt ziehen wir bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Damit können wir Simlucky... Oh, wüssten, Kitty, ist das was Gutes? Keine Ahnung, Freunde. Lass uns das mal ausrüsten. Und, und es gibt uns 300% mehr Cash. Ja, okay, das ist nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, Leute. Wir haben hier übrigens noch unseren Doggy-Freunde und viele andere Haustiere. Ich weiß nicht, aber Simlucky hat, glaube ich, irgendwas reingetheatet. Der hat etwas krasseres als ich. Leute, ich bin hier mit meinem Polizeiauto unterwegs. Und ich glaube, ich muss Simlucky verhaften, weil er hat einfach reingetheatet. Ey, Simlucky, komm mal zu mir. Hatte, ja, wie? Ja, okay, was ist los? Komm mal zu mir, Junge, ich muss dir was zeigen. Ja, ich bin bei dir, und? Guck mal hier. Wo bist du, hä? Ich bin da in diesem krassen Auto, wo ich... Ja, in dem festen Noob-Auto. Guck mal, was ein krasses Auto ist. Ey, aber Simlucky, ich hab eine Polizei. Guck mal, warte, ich muss nicht verhören. Ey, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bio, 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 bleib stehen. Ich bin Militär, Junge, ich bin Militär. Ok, ich bin Militär, ich hab krasse Waffen, Junge. Ich erledige es euch damit. Ey, Leute, wir müssen verhaften. Bio, 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 verhaften, stehen bleiben. Du hast irgendwas... Du hast gecheatet, du hast gecheatet, du hast irgendwas in diesem Waggon drin. Du hast irgendwas in dem Hack drin oder so. Ey, Okri, ich bin viel schneller als du. Du kriegst mich sowieso nicht ein. Guck dir das mal an. Komm, versuch mich nicht mal zu kriegen und... Bo, ich stüße an dir vorbei, Junge. Fress meine Rainbow-Spur. Ich bin schneller als du, lol. Ich bin einfach schneller als du. Hä? Hä? Bist du gar nicht, Okri. Doch, bitte, Junge. Okri, Digga, du fährst ja irgendwo her rum, Junge. Was machst du da überhaupt? Lass meine Renn machen. Du gehst auf diese Seite und ich auf die andere. Okay, eins, zwei, drei, los. Okri. Hä? Was machst du da, Okri? Ich überhole dich voll, hä? Okay, wir machen jetzt Rennen, Okri. Nämlich um 10.000 Robux, wie wir gesagt haben. Jetzt komm her, Okri. Komm her. Letztes Finale-Rennen. Komm her. 6.000 hast du nur. Du meinst Rennen hier vorne? Klar machen wir jetzt, ja? Okay, komm, lass uns machen. Komm, wir machen jetzt Rennen. Komm, eins, drei, zwei, eins und neun. Let's go. Ich werde nicht so abziehen. Komm mal, ich starte die Idee. Let's go. Boom. Bereit in drei, zwei, eins. Let's go. Ey, ich bin alles rein. Du bist aber hinter mir. Haha. Hä? Okri, ich zieh dich so ab, Junge. Hält mich jetzt schon bei 10.000. Hä? Wo bist du überhaupt? Du wachst bei mir. Du bist bei mir noch am Anfang. Äh, warte, Okri. Junge, du bist richtig am Rennen. Junge, 10.000. Ey, ich hab nur 4.000 geschafft. Was? Ey, du bist erst verplatzt. Nein, du hast gewonnen. Ey, 10.000 Robots, Ukri, ne? Äh, nein, Simlaki. Wir machen eine Revanche auf meinem Kanal. In diesem Video hier. Junge, was redest du, Ukri? Das habe ich nie gesagt. Doch, jetzt sofort, Simlaki. Nee, Ukri, bin ich dagegen. Du gibst mir jetzt meine 10.000 Robots. Das ist aber sofort auf der Stelle. Nee, ich hab dich komplett überholt. Äh, nee, nee, nee. Wir machen eine zweite Folge. Die kriegst du auf meinem Kanal. Danke, bin ich. Hä? Junge, Ukri, bist du ein Cheater? Ich werde sowieso auch bei der zweiten Folge direkt rasieren, Junge. Einmal rasiert, zweimal rasiert. Äh, ich werde jetzt sowas gegen dich gewinnen, Alter. Du hast gar keine Chance. Okay, Freunde, wisst ihr was? Simlaki hier war die ganze Zeit richtig voreilig, ne? Der meint die ganze Zeit, der gewinnt und so. Aber jetzt, Freunde, werde ich auch mir ein paar Sachen kaufen mit Robots. Er hat sich so krasse Autos gekauft und so. Nee, jetzt habe ich mir auch richtig krasse Autos. Hier, ich habe jetzt... Junge, ich habe mir ein bisschen Autos gekauft. Du lügst einfach, hä? Ich kaufe mir jetzt auch krasse Sachen. So, Freunde, ich habe jetzt 20.000... Ich habe nur einmal Glück gerade gespielt. Und wisst ihr, was ich jetzt mache, Freunde? So, ich gehe jetzt hier vorne zu dieser Kiste. Yo, hier kann man ein richtig krasses Ei öffnen für 99 Robots. Das öffne ich jetzt, Leute. So, zack. Boom, 99 Robots. Öffnet das jetzt, Leute. Goldenes Ei, Leute. Let's go. Okay, was bekomme ich raus? Wow. Wow, Wasserdominos. Wie krass ist das? Lass uns anschauen, wie krass das ist. Bam. Safe-Richt. Oh, 1.500 plus. Ja, okay, das rüsten wir direkt aus. Haha. Und zum Lucky denkt, der hat doch eine Chance gegen mich. Mal schauen, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Wie viel Cash wir bekommen, wenn wir hier was einsammeln. Oh, okay. Das geht schon mal viel, viel schneller. Boah, wie schnell geht das, Alter? Ey, Simaki, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier mit meinem LKW-Truck unterwegs. Mit meinem Militäroberhaupt-Truck, hä? Ey, ganz ehrlich, Simaki. Ich werde jetzt viel, viel weiter als du kommen. Okay, Freunde. Wir werden jetzt noch einmal mit dem Cash richtig weit kommen. Den Rekord knacken, Junge. Ey, ich bin dritter Platz. Wo bist du eigentlich, Ucki? Ey, ich bin gleich erster Platz. Warte ab, Simaki. Warte ab, Junge. Warte ab, Junge. Ja, wieder Lügen. Nein, nein, nein. Was für Lügen. Guck mal hier. Ich zeige es dir sogar selber. Boom. Haha. Ich bin... Oh, nein. Ich bin gleich auf der Rangliste. Ey, Simaki. Nein, ich bin unter dir. Okay, aber du Loom, ey. Ich fress dich auf. Ey, Freunde. Ich muss in diesem Cash-Clicker-Semulateur einfach mal heftiger werden. Ganz ehrlich. Warte mal, Simaki. Wo bist du? Guck mal hier vorne. Lass mal ein Wettrennen machen, wer schneller ist, okay? Boom. Okay, machen wir. Überholt. Äh, nein, Ucki. Ich bin schneller. Du hast meine Rainbow-Spur gefressen, Ucki. Hä? Alter, Leute. Was? Bei mir bin ich wie schneller. Bei ihm bin ich am klein schneller. Ich... 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 Ich im Rückspiegel gesehen. Was für Ausreden, Junge. Ganz ehrlich. Aber wisst ihr, fast, Freunde. Er ist nicht mehr... Er ist nicht mehr lange schneller. Denn jetzt werde ich hier richtig krasse Sachen kaufen. Boom, Alter. Wir kaufen uns goldens Auto. Für 200 Robux. Okay, Freunde. Okay, jetzt pass mal auf, wer hier Rekorde geknackt hat. Und... Boom. So, 20.000 ist dein Rekord jetzt. Ey, ich muss aufzukassern wieder. Okay, ich muss jetzt einscheaten. Ich muss jetzt reinschicken, Leute. Ich muss jetzt reinschicken. Okay, wisst ihr was? Ich will jetzt richtig krass reinschicken. Guck mal, was ich mir jetzt kaufen werde. Ich werde noch mal hier das Ei öffnen. Boom. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Komm schon, Leute. Vielleicht bekomme ich noch was Krasseres daraus. Bam. Und goldens Ei wird geöffnet. Feuer Dominos. Let's go. Das ist der krasseste. Mal schauen, wie viel der... Boah, 1.000 gibt der Plus. Ach so, nee. Das ist nicht der krasseste. Aber der ist auch richtig krass, Leute. Jetzt kriege ich noch viel, viel mehr Cash Plus. Lass uns mal schauen, wie viel Cash wir jetzt Plus bekommen. Was, Freunde? Wir brauchen jetzt auch unbedingt richtig krasse Autos. Deshalb, wisst ihr was, Leute? Wir cheaten einfach rein. Wir holen uns nicht nur hier Regenbogen-Spur. Genauso wie so ein Maki, der hat einfach reingestellt. Wir holen uns die jetzt auch. So, zack. Keine Ahnung, was sie macht. Wir holen uns die einfach. Wenn sie eine Maki hat, kaufen wir uns die auch mit Robox, Leute. Ich gebe so viele Robox aus. Dafür erst mal ein Like da lassen und ein Abo, Leute. Jetzt werde ich die erst mal ausrüsten. Zack. Jetzt habe ich auch eine Regenbogen-Spur. Ey, sie machen, was ich habe. Ich mache jetzt auch einen Regenbogen-Pups. Boom. Was? Aber du hast die ganze Heidschirur-Robox ausgegeben. Und was bringt das überhaupt? Bro, das bringt einfach gar nichts. Das bringt absolut nichts, Ugrin. Für den Robox ausgegeben. Das bringt gar nichts. Ja, Ugrin, weil du Noob bist und alles das kauft, was ich kaufe. Du hast mich vorher geprankt, Alter. Ich dachte, das bringt was. Warum hast du dir das gekauft? Hä? Ja, Ugrin, weil ich wusste, dass du es dir auch kaufen wirst und dich pranken wollte, dass du mit Robox ausgegibst. Ey, siebenlucky, siebenlucky. Stopp, 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 stopp. So, ich hole mir eine Wiedergebote, Leute. Jetzt muss ich wieder von Null anfangen. Aber egal, ich werde das hier auf mich nehmen, denn jetzt werde ich noch mehr Plus bekommen. Ey, siebenlucky, warte ab, warte ab. Ich nehme dich heute noch so hoch, wie man mich eins für eins. Und dann geht es wirklich um die 10.000 Robox, okay? Hä, Ugrin, Junge, dann geht es darum, dass du nicht 10.000 Robox verlierst. Du hast in deiner Folge gewonnen, Freund. Und falls ihr die ganze Folge sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal so nackt vorbeischauen. Aber nein, Leute, diesmal werde ich gewinnen. Und Leute, einmal ein trauriges Mal, dass ich eigentlich 100 Robox für nichts ausgegeben habe, Junge. Wenn du, Ugrin, wenn du verlierst, dann schuldest du mir 20.000 Robox. Okay, aber wenn ich gewinne, dann schuldest du mir 10.000 Robox. So ist fair. Das macht gar keinen Sinn, Ugrin. Hä, doch, wenn ich gewinne, schuldest du mir 10.000 Robox. Nee, dann ist Gleichstand, dann ist 0,0, dann schulden wir uns gar nichts. Nee, 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 siebenlucky, 10.000. Weil sonst nehme ich doch nicht die 20.000 auf mich. Macht doch gar keinen Sinn dann. Ja, aber ich habe doch schon einmal gewonnen. Ey, warte ab, du hast 20.000 gewonnen, Junge. Willst du echt nicht diesen Deal eingehen? Nee, Ugrin, ist einfach unfair, Junge. Du willst, dass ich hier mit Minus rausgehe. Okay, wir machen gleich ein Rennen. Nein, ich komme safe auf Platz 1, Leute. Der erste Platz hat gerade mal 13.000. Ich werde auf jeden Fall mehr haben. Aber erstmal, Leute, brauche ich bessere Haustiere. So, was können wir uns hier im Shop holen? Jo, eine Katze. 99 Robox kostet die, die gibt 1.000 plus. Ey, wir brauchen was Krasseres, Freunde. Was können wir Krasseres kaufen, Leute? Hm, damit wir noch krasser werden. Okay, was gibt es noch mehr, Leute? Ich glaube, hier einmal Autos. Ja, Autos sind heftig. Wir müssen uns ein Auto holen. Wir holen uns das goldene Fahrzeug. Ey, Leute, ich gebe so viele Robox aus. Ihr müsst alle liken lassen, bitte, bitte, bitte. Und Abo, Freunde. Kommt schon in 3, 2, 1 und let's go. Wir haben uns gekauft. Ey, ich mache das alles für euch, Freunde. Ich gebe so viele Robox aus. Und boom, wir rüsten das jetzt aus. Alter, jetzt sind wir noch viel, viel schneller als den Lucky. Das hier hat gerade mal 50 Geschwindigkeit plus gegeben. Das hat 700 plus gegeben. Yo, Alter, guck mal, wie schnell wir sind. Boom, Junge. Ey, so Lucky, ich habe jetzt so ein krasses Auto. Willst du sehen? Ja. Sag mal, Autos, was hast du denn? Goldenes Auto. Golden Car, Bro. Golden 100. Alter, was ist das denn, bitte der Herr? Boah, ich bin einfach der heftigste, Alter, Simnaki. Ey, okay, das kostet Robox, das Auto, ne? Äh, ja und? Junge, du hast 200 Robox wieder ausgegeben. Bist du ja richtiger Cheater, Uckri. Alter, ich habe nicht nur 200. Ich habe, glaube, ich habe mittlerweile schon 500 Robox hier für diesen Cash-Clicker ausgegeben. Ich bin richtig verrückt, Alter. Ey, wenn du erstellierst, bist du ein Doppel-Noob. Äh, nein, aber weißt du was? Ich werde 100% gewinnen. Leute, guck mal, wie schnell ich hier Plus mache. Wie schnell ich Kale einsammle. Junge, Simnaki, wache dich nicht über mich lustig. Warte jetzt komplett hops nehmen. Du warte ab, Junge, du willst gleich weinen, Simnaki. Nicht reden, aber machen, Uckri. Ey, Freunde, ich glaube, wir müssen hier im VIP-Bereich, ganz ehrlich. So, wir kaufen uns jetzt im VIP-Bereich, Junge. Ich gebe jetzt so, ich habe schon fast 1000 Robox ausgegeben für dieses Video, Freunde. Aber egal, ich mache das zu euch und für euch, Junge. Let's go für euch, Leute. Boom, VIP-Bereich. Und ich bekomme absolut gar nichts. Ah, doch, jetzt klappen wir es, Freunde. Jetzt klappen wir es. Pass mal auf, das musst du jetzt knacken, den Rekord, den ich jetzt hier aufsetze, okay? Wenn du es nicht schaffst, bist du größer, Noob. Schau mal jetzt. Okay, ich schau mal, ich schau mal, was du für den Rekord machst. Boom, 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 24.000. Ey, mach das mal nach, Uckri, mach das mal nach. Ich werde das gleich knacken, ich werde jetzt so hart trainieren, Junge. Ich werde jetzt so hart trainieren, dass ich jetzt mehr als du haben werde. Leute, guck mal, wir haben hier schon 23.000. Guck mal, wie schnell das hier geht im VIP-Bereich. Ey, Simnaki, schau mal, wo bist du überhaupt? Ich bin hier in so einem Bereich, ich glaube, da kannst du gar nicht hin. Äh, wie, wo bist du, Uckri? Okay, jo, und sag mir nicht, hast du VIP gekauft. Äh, nein, ich kann da hin, weil Roblox mich mag. Roblox mag mich, weil ich cooler bin als du. Die beiden mögen auch die Farbe Blau, Bro. Und du, ich teile, mag dich. Genau, Junge, Roblox mag dich, weil du so viel Geld ausgibst. Äh, ja, das auch. Okay, egal, weißt du was, ich werde jetzt so viel farmen, Junge. Und gleich werde ich, guck mal, hier, wir haben noch 30 Sekunden. Okay, komm, schnell, wir haben nur 30 Sekunden. Junge, du Cheater. Du musst mich beeilen, okay. Und jetzt klack ich den Rekord, Leute, let's go, Simnaki, Rekord. Du kannst ihn knacken, Junge. Alter, ich bin so fast. Heute, okay, bist du Cheater. Alter, wie weit bin ich gekommen? Yo, krass, Alter. Ja, hast du das gesehen, Simnaki? Äh, du hast 10.000 mehr. Ja, Junge, du warst du geschehen. Ey, jetzt checke ich den Speed, Freunde. Wir können einfach richtig schnell dorthin fahren. Wir können einfach in einer Sekunde dorthin fahren. Deswegen 700 Speed. Aber die bringen noch gar nicht so viel, die Autos, oder? Ich meine, wir lassen die sich ja nicht weiterfahren. Egal, Freunde, wisst ihr, wir haben jetzt 46.000 hier Siege. Und wisst ihr was, wir versuchen heute in die nächste Welt zu kommen. Simnaki, gibt es hier eine neue Welt? Äh, ja, es gibt hier richtig viel. Guck mal, man kann sich einfach teleportieren. Aber es kostet voll viel. Für 2,5 Millionen kommt man ins Paradies. Was? Wo, wo, wo? Hier kann man teleportieren? Yo, ich muss mich teleportieren. Ah, 2,5 Millionen Siege? Ey, okay, Freunde, das müssen wir irgendwie schaffen. Aber wie macht man das, Simnaki? Wie wirkt man so krass? Ja, indem du Simnaki heißt. Du bist ja selber noch gar nicht da. Ja, trotzdem, Uck, ich bin erster da als du, ne? Ja, okay, weißt du was, Simnaki? Ich habe gerade eben nicht nur den Rekord gebrochen. Ich werde ihn jetzt nochmal brechen. So, ich habe jetzt schon 10.000. Und am Schluss machen wir wieder Endfight. Boom, boom, boom. Ich werde jetzt ganz schnell ans Ende kommen. Guck mal, wie schnell ich das mache, Leute. Ey, das ist richtig OP. Und jetzt bin ich schon am ersten Platz. Habe ein paar Sieger eingeholt. Und vorher habe ich 60.000. Bei 150.000 kann ich dieses krasse Ei hier öffnen. Ey, das kann echt nicht sein, Uckre. Ich habe das Gefühl, jetzt lässt du ehrlich das Geld gefallen, ne? Ja, ich habe echt schon viel ausgegeben. Aber weißt du was, hat sich gelohnt, ne? Ne, ey, hat sich gar nicht gelohnt, Uckre. Ich bin trotzdem besser als du. Oh je, hat sich gelohnt denn jetzt, Freunde. Guck mal hier. Freunde, gönnt euch das mal. Ich kann hier einfach für 35.000 Ei holen. Mal schauen, was ich bekomme. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Axelode. Haha, hast du auch einen Axelode, Simlaki? Hast du nicht, ne? Doch, ich habe zwei Stück. Hä? Als ob, Junge. Ey, nein, Freunde. Ich muss jetzt richtig viel fahren. Junge, warum sind die so krass, Alter? Guck mal, der eine hat mich schon aufgeholt. Der ist jetzt erster Platz. Ich bin nur noch Zweiter. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, der ist viel krasser als du, hä? Uckre, nur. Der ist aber auch krasser als du. Du bist nicht mal auf der Rangliste, Bro. Du bist nicht mal auf der Rangliste, Junge. Haha. Ja, weil ich die ganze Zeit fahren bin und nicht gefahren bin, hä? Oh, Mann, Simlaki. Was soll man mit dir machen, Junge? Du bist echt ein kleiner Cheater. Sagt, der dir die ganze Zeit Robux ausgibt, ey. Okay, Freunde, wir drehen jetzt noch einmal am Glücksrad. Und dann werden wir das letzte Battle machen gegen Simlaki. Bitte, bekommen wir das Gutes raus. Bitte, Freunde. Und schon wieder gibt der Robux aus, ey. Junge, ich kann nicht mehr. Ich bin süchtig nach Glücksrad drehen. Ich gebe so viele Robux aus. Ich bin verrückt, Freunde. Und boom. 2000 Siege plus. Das ist ernsthaft. 200 Robux für nix, Leute. Wir haben gerade voll verkackt, Mann. Nein. Alle F in die Kormashare. Simlaki, wenn die 200 Sekunden um sind, dann machen wir das letzte 1 bis 1. Okay, dann rasiere ich dich komplett. Ja, ja. Ja, Okri, hier. Ich werde dich komplett rasieren, sodass du mich in meinen Rückspiegel ziehst. Wir starten bei Sekunde 30. Hast du es verstanden? Gleichzeitig. Sekunde 30? Ja, ich starte schon bei Sekunde 0. Hä? Simlaki, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wir starten bei 30, okay? Und dann nehme ich dich hops. Bis dahin musst du mehr fahren als ich. Wir haben beide die gleichen Voraussetzungen. Okay, Freunde. Also, ich fahre mir jetzt richtig viel. Und bei Sekunden 30 starten wir. Das heißt, wir haben nur noch eine Minute Zeit. Eine Minute und ein bisschen was drauf. Und dann müssen wir ein 1 bis 1 machen im Rennen, Leute. Im Cash-Rennen. Aber ich habe natürlich so ein super schnelles Auto, Junge. Ich werde ihn so schnell überholen, Freunde. Boom, 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 boom. Ey, du bist so unfair, ey. Das geht einfach nicht. Ne, aber wir machen, wer weiterkommt. Und nicht, wer hier schneller ist oder sowas. Weil wir wissen ja ganz genau, du hast Robux ausgegeben. Da kann ich nicht schneller sein. Okay, dann machen wir, wer weiterkommt. Aber ich komme auch weiter zu 100%. Ja, komm, wir erst mal jetzt anfangen, Ukri. Wir sehen, wer hier weiterkommt, ne? Ey, bei Sekunden 30 fangen wir an. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Simlaki Kaki. Ne, wir haben gar keine Zeit mehr, Ukri Pupsi. Ey, das hat sich übergreift, Ukri Pupsi. Simlaki Kaki ist viel lustiger. Ey, nein, Ukri, Junge. Für dich vielleicht lustiger, weil du Pupsi bist. Junge, macht null Sinn, Junge. Das Einzige, was bei dir pupst, ist ein Regenbogen-Pups. Nein, ich denke auf Pupsi. Ey, du hast selber Regenbogen-Pups, Ukri. Oh, stimmt, stimmt. Habe ich vergessen. Naja, Freunde, wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Und jetzt rass, Simlaki, komplett zack, zack, zack. Guck mal, wie viel ich farme. Ey, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn die 30... Ne, Ukri, es geht schon los, Ukri. Es geht schon los. Ich bin hier schon losgefahren. Ne, ich bin losgefahren, Ukri. Warum bist du schon losgefahren? Macht null Sinn. Hä, Junge, weil du bist Noob, ey. Ich fahr schon viel länger los als du. Guck mal hier. Aber wir haben gesagt, bei der Sekunde 30 geht es los. Ja, nee, jetzt willst du doch mal cheaten. Jetzt willst du auch warten. Also, du hast 30.000 geschafft. Okay, voll. Ja, das ist das letzte Rennen, Simlaki. Du schuldest mit 10.000 Roblox. Jetzt glaube ich, ich hab's weiter als du. Buh, Hilfe, du sagst, Junge. Du hast richtig viel länger gefahren als ich. Du hast 10 Sekunden länger gefahren, Ukri. Jo, ich hab's viel weiter als du geschafft. Ja. Ja, genau, Ukri, Junge. Nur weil du länger gefahren hast als ich. Ey, ich hab's viel weiter als du geschafft. Okay, ey, wisst ihr was, Freunde? Dafür alle mal ein Like verlassen, ein Abo, Junge. Und jetzt alle einen Daumen hoch in die Kommentare. Und eine Krone für den Sieger, denn ich bin der Sieger. Hashtag eine Krone für Simlaki, Junge. Ja, aber dann würde ich sagen, Freunde, falls ihr noch mehr Videos zusammen sehen wollt. Ich hab's nicht nur noch Roblox, sondern ich hab's nicht nur noch Roblox oder so. Fast 1.000 Roblox ausgegeben, das ist viel zu viel. Ich bin komplett verrückt, Freunde. Egal, Leute. Ich würde sagen, lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und jetzt drückt auf die nächste Folge. Und Simlaki, du schuldest mir 10.000 Roblox. Du schuldest mir 20.000 Roblox. Ey, hast du verloren? Ja, egal, Freunde. Drückt auf die nächste Folge. Wir sind lucky, wir euch doch irgendwie dazu bringen, dass sie mir jetzt Roblox gibt. Oh, Krehung, ich schuldest nicht. Schnell, Freunde, die hier eingeblendet wird. Dort vorne, guck mal, da zeigt sogar ein Pfeil drauf. Tschüss. Auf die nächste Folge drücken. Ich seh euch doch wieder. Ich schuldest nicht. Bis gleich. Tschau, tschau. Komm, abwerfen. Danke. Kurs.